Ask the Expert, heute zum Thema Buchhaltung mit Tanja. Tanja, warum ist eine gute Buchhaltung eigentlich so wichtig? Weil du als Selbstständiger eine gute Basis brauchst. Dein Business braucht Stützpfeiler. Und was nimmst du denn eigentlich bei den Kundinnen und Kunden wahr, wie die Buchhaltung verstehen? Für die meisten ist es eine absolute Hölle. Und warum glaubst du, ist das so? Weil sie eine andere Passion haben, weil sie vielleicht Kuchenbäcker sind oder Shopbetreiber oder Hebamme. Aber Buchhaltung ist für die ein absoluter Schmerzpunkt. Und was ist deine Empfehlung, mit was man sich da eigentlich wirklich auseinandersetzen sollte? Ja, man muss sich wirklich mit den Zahlen auseinandersetzen. Du musst wissen, wo du stehst. Wo steht dein Unternehmen? Wo bist du gerade? Bist du liquide? Wie sehen deine Finanzen aus? Kannst du Rechnungen noch bezahlen? Welche Rechnungen kommen da überhaupt rein? Am allerschlimmsten ist es doch, wenn du eine Rechnung geschrieben hast und du vergisst sie anzumahnen. Und nach zwei Jahren fällt dir auf, da fehlen mir ja noch 1000 Euro. Das ist doch schrecklich. Und jetzt gehen wir mal davon aus, du hast jemanden, der hat da eigentlich gar keinen Bock drauf und hat auch keinen Zugang zu Zahlen. Was würdest du dieser Person denn eigentlich empfehlen, was die regelmäßig tun sollen? Eine Routine. Du musst dir wirklich eine Routine angewöhnen, dich einmal in der Woche, es sei denn einmal im Monat, hinzusetzen. Einmal im Monat ist sogar fast schon zu spät. Setz dich einmal in der Woche am Freitag hin und mache deine Buchhaltung. Ja, guck dir deine Ausgangsrechnung an, deine Eingangsrechnung und Schreiberechnungen. Guck auf die Zahlen und wenn du darin gut bist, kannst du es auch einmal im Monat machen. Auch mein Tipp, such dir andere Gründer oder andere Selbstständige und mach eine Gruppe, eine Mastermind-Gruppe und mach das gemeinsam, weil es kommen immer Fragen auf. Und oder such dir einen Mentor oder eine Mentorin, die eben das Thema Buchhaltung wirklich beherrscht und hol dir Tipps. Und das heißt also, wenn man sich jetzt als Gruppe zusammensetzt, dass man dann gemeinsam seine Einnahmen, Überschussrechnung oder wenn man ein bisschen größer ist, seine BWA auch tatsächlich einmal gemeinsam durchgeht? Unbedingt. Ich finde, man sollte wirklich auch verstehen, was auf einer BWA steht. Nicht einfach abheften und nicht verstehen, weil das ist ja, das ist dein Business. Wenn das nicht läuft, dann kannst du auch gar nicht weitermachen. Meine Wahrnehmung ist, dass es super vielen Leuten immer noch schwerfällt, über seine eigenen Zahlen zu sprechen. Berechtigt oder unberechtigt? Ist berechtigt, aber ich finde es unberechtigt. Also mach es doch einfach. Du musst ja nicht dein ganzes Betriebsergebnis offenlegen. Wenn du dich aber mit einer Gruppe von Menschen zusammenschließt und ihr einfach nur Tipps austauscht, wie buchst du denn das oder wie mache ich denn das, ist doch gar kein Problem. Du hilfst ja ganz vielen Selbstständigen genau dabei. Wie gehst du denn an so einen Prozess eigentlich wirklich ran? Und wie nimmst du die Menschen an die Hand, dass sie da hinkommen, ihre Zahlen zu verstehen? Also wir gehen erstmal ganz normal durch so ein Programm durch. Es gibt da diverse Anbieter von Buchhaltungsprogrammen und die sind heutzutage auch sehr selbsterklärend. Und wir machen also am allergrößten, die größte Hürde ist eigentlich immer das Einrichten so eines Programmes. Klar, da gibt es ganz viele Sachen, die man einstellen muss. Ist man nun im SKR 03 oder im SKR 04? Das sind alles so Dinge, die ich kann das auch total verstehen, dass die so triggern, dass man die gar nicht mehr googeln mag. Weil dann kommt man vom Höschen zum Töpfchen oder wie man das so schön sagt, es ist einfach viel zu viel Information. Insofern nehme ich meine Kunden an die Hand und wir gehen da einmal ganz gemeinsam in Ruhe durch und wir besprechen alle einzelnen Schritte. Cool. Und dann, was bekommt man dann? Dann hat man eine richtig gut laufende Buchhaltungssoftware, wo man, wenn man richtig gut dann auch eingearbeitet ist, sich einfach einloggt und seine Buchhaltung selber macht. Und dann ist es so, dass deine Kundinnen und Kunden die Belege alle selber einpflegen. Also die Belege, das sind ja wahrscheinlich dann einfach ganz normale Kassenbelege, whatever. Und aber auch ihre Rechnungen, die sie selber stellen, richtig? Ganz genau. Genau. Also Programme sind ja heutzutage so gut, dass sie sehr viel selber machen. Nun biete ich aber auch noch so eine Notfallsprechstunde an, weil es immer mal Sachen gibt, die man einfach nicht versteht oder wo ich selber auch nochmal nachgucken muss. Ich bin ja auch keine Top-Expertin im Steuerrecht. Ja, da muss man ja auch immer nochmal nachschauen. Idealerweise hat man einen Steuerberater oder eine steuerliche Beratung, wenn es wirklich um ganz intensive Themen geht. Cool. Und das ist aber deiner Meinung nach auch wirklich der Grundstein dafür, damit ich eigentlich das Business richtig weiterentwickeln kann, richtig? Ohne eine gute Buchhaltung läuft dein Business nicht. Alles klar. Ganz herzlichen Dank, Tanja. Vielen Dank.